ja freunde also ich habe schon ein paar mal über wrestling gesprochen in den 80ern und 90ern und als wir 1989 nach deutschland kam war im deutschen fernsehen wrestling eine große geschichte und wenn es eine sagen wir mal top 15 top 20 wrestler aus den 80er und 90er jahre geben würde oder von mir aus auch top 10 dann wäre er auf jeden fall mit dabei sit wishes sein echter name ist sit eu die also ich weiß nicht wie man das auf amerikanisch ausspricht eu d y ist ein familienname sit s idee er war eine erscheinung ja zwei meter sechs und knappe 150 kilogramm und er ist leider vor kurzem von uns gegangen sein markenzeichen war halt seine erscheinung im wrestling in den 80er und 90ern er war mit größen wie undertaker oder der ultimate warrior im ring oder hulk hogan und hatte legendäre matches mit denen körperlich sein markenzeichen waren hier diese extremen stirnacken wie man hier sehen kann und seine extrem breiten schultern ja brusttechnisch und arme technisch war auch sehr gut dabei man muss sich das mal vorstellen zwei meter sechs knappe 150 kilogramm und was auch sein markenzeichen war ist so dieses komplett eckige kantige gesicht was halt diese männlichkeit darstellt so gesehen und wenn du damals wie wir so kleine kinder waren halten also anfang neunziger ende achtziger so kleine jungs wo man dann langsam ein paar jahre später dann vielleicht in die pubertät kommt und man sich vorbilder sucht dann ist das hier auf jeden fall jemand gewesen der ja also wie gesagt krank was er an nackenmuskeln aufgebaut hat hier in so einer most muscular pose also schon brachial ne es gibt wenige leute die so schulter brust und vor allen dingen nacken partie haben ich würde da eher sagen so dass es ein paar sehr wenige gibt die da mit ihm mithalten konnten vielleicht hier wie heißt er denn goldberg bill goldberg hatte vielleicht noch ungefähr diese physik aber der typ war wirklich eine erscheinung hier wie gesagt zwei meter sechs 145 150 kilogramm gewicht ja auf jeden fall an der stelle ja was soll man sagen ein tribut sozusagen hier mit ultimate warrior wie man sehen kann im ring gewesen und ultimate warrior selber auch so eine kante aber er war wirklich eine erscheinung also wenn der neben leuten stand da sahen die alle winzig dagegen aus so ein masse masse monster halten hier zum beispiel der undertaker ist ja mein absoluter lieblings wrestler aus den 80er und 90er und der ist der einzige oder einer der wenigen die neben ihnen noch so ein bisschen mithalten könnten mit der körpergröße und mit der masse ansonsten war das wirklich eine maschine aber wie das nun so ist diese leute sehr viele dieser wrestler sind natürlich auch nicht natural unterwegs ich will das jetzt nicht komplett darauf schieben weil es kann ja auch andere gründe geben aber er ist halt leider sehr jung von uns gegangen mit 63 wie man sieht der ist 1960 geboren und der ist hier vor ein zwei tagen von uns gegangen auf jeden fall an der stelle ja mein tribut an sit wishes bzw die eine erscheinung auf jeden fall vom körper her wie gesagt auch vorbild für viele leute die dann später mit wrestling oder kraft sport oder irgendwie so in diese richtung angefangen haben an dieser stelle würde ich mich freuen wenn ihr das video liked ein paar abonnenten abonnements da lasst und dann sehen wir uns im nächsten video